Unser Profilierungsschwerpunkt Natur und Technik findet in den Stufen 5 bis 7 statt. Und hier geben wir spannende Fragestellungen auf den Grund. Zusätzlich zum regulären Unterricht gibt es für naturwissenschaftlich Interessierte den Profilierungsschwerpunkt Natur und Technik. In Stufe 5 beschäftigen wir uns mit Astronomie und der Faszination vom Fliegen. Was sehen wir eigentlich am Himmel? In Stufe 6 beschäftigen wir uns mit Eis und Feuer. Und dann war es hoch und lang ins Steil nach oben und dann war es wieder gerade. Und da ist es ja immer hoch, immer, immer ins Alter von Lampen. Sie überlegen eigentlich die Mühle in der Land ab und sie überlegen Tiere, wenn es jetzt so richtig heiß ist. Musik 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 Wir lernen den Umgang mit Programmen zur Datenverarbeitung und lernen Schritt für Schritt unsere eigene App zu programmieren. Musik Musik Tschüss Tschüss Bis bald Musik